Hey! Hi! Ich bin hier mit Jette und Henry und das ist mein Zwillingsbruder, das ist mein Zister und heute testen wir zusammen Astronautennahrung Legit Astronautennahrung aus dem Planetarium Das haben wir da gesehen und dachten so, das brauchen wir Trockenfutter Ja, das ist wohl trocken, also das ist hier Das ist so richtig dehydriert Hopp, willst du damit machen? Ja, kannst du gleich machen Also was haben wir denn für Sorten? Wir haben einmal Cinnamon Apple Veggies Cinnamon Apple Veggies Und das ist so ein Ice Cream Sandwich Gibt's auch auf Amazon, ne? Stimmt, ja Hallo Papa Papa Die Astronauten ernähren sich natürlich nicht nur von sowas, es gibt da auch so Nicht? Nein Es gibt da auch so Gourmet-Cheffe, die das zubereiten extra für die Und dann essen die das halt im All Oha fancy In so Dosen Ich find's auch cool, wenn du dich extra passend angezogen hast Ja Hier Der hat extra ihr NASA-Oberteil Mhm Was wollen wir zuerst probieren? Ich bin dafür Okay Und das geht's zum Nachtisch Andersrum Oh das riecht aber gut Riecht mal Das riecht echt lecker Apple Cinnamon Oh geil Das riecht aber auch mal Oh Oh Hier Wo sieht das aus? Das ist echt halt nicht wirklich viel drin Das sind 14 Gramm insgesamt Aber zu probieren Aber ist ja auch leichter Okay Drei Zwei Eins Mh 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 Das da geht auf der Zunge Der schmeckt wie das, was Mama gerade backt Mama backt gerade einen Apple Pie Das schmeckt genauso Das schmeckt auch einfach wie so getrocknete Äpfel Das ist quasi deren Süßigkeit, oder? Ja Wisst ihr was, ich hab sogar schon mal Thomas Reiter, das ist so ein richtig bekannter Astronaut Hab ich schon mal gesehen Wow Ja Der war 20 Meter entfernt von mir Ja Mh Hier ist ein Clip Wie schmeckt das denn? Ja, lecker Mh Das ist wie Mir schmeckt das auch gut Mh Mehr davon Haben wir noch? Ja Es schmeckt halt wie das gefüllte von Apfeltaschen oder von Apple Pie Ja So schmeckt es Aber die Konsistenz ist anders Mh Das ist halt, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist halt trocken Ja Die Konsistenz ist wie Reiswaffeln Ja genau, ungefähr Genau Ja, wie so ähm Wie Reiswaffeln bloß mit Apfelgeschmack Oder wie Mit Apfelzimtgeschmack Und ein bisschen sauer Gemüsechips So ist auch die Konsistenz Ja Ich wette, dieses Ice Cream Sandwich ist richtig eklig Ich wette, das ist richtig eklig Ja, aber weil jetzt sowas lecker ist Das könnt ihr probieren Das erstmal gleich noch weiter Papamilzucker Ist fast nicht mehr drin Oh Ice Cream Sandwich Okay, jetzt kommt das nächste Ganz wahrscheinlich dieses mit diesem roten Ding Ah, das ist nochmal verpackt Ach, das ist mit so einem Schokokeks oben Mh Mh Das ist glaube ich, das kann man auch gleich so zerbrechen Warte, darf ich? Ich bringe Mama noch ein Ja Mach das Vielleicht im Aktion Ah Das kann man doch nicht so Dann beiß ab, beiß ab Lass mich mal Warte, doch So Ja, schön abbeißen Wollen wir gleichzeitig hinregen? Okay Willst du auch? Nein, nein, ihr macht Das riecht aber nach Eis 3 1 2 Danke 1 Das ist mega künstlich Mh Oh, es schmeckt mir wieder Eis Hä, ja schon, ne? Ab Anfang ist das so richtig trocken Das ist halt, das wird Das schmeckt Das schmeckt halt erst dann so Nach richtigem Eis Wenn sich das mit dem Speichel vermischt Ja, genau Es schmeckt genau wie das, was es sein soll Wie Eis Aber es ist einfach alles trocken Genau Also ihr müsst euch vorstellen Wie so eine Eiswärfel Aber alles ist so bröselig Es ist wie halt ein Eis in einem Keks Genau Alles total trocken Ist schon geil Trocken gefroren Und sobald sich das mit dem Speichel vermischt Schmeckt es so im Endeffekt Wie als wenn ihr ein Eis gegessen habt Genau Bloß, dass es halt nicht kalt ist Guck, das bröselt so Das ist halt schon irgendwie lecker Mh, Schoko ist gut Warte Kannst du nach Schokolade probieren? Ja Bäh Das ist schon echt geil Mh Das erinnert mich grad Wie so Schokoflakes Mh Mh Das schmeckt einfach wie Müsli Schokomüsli Ja Mh Also diese Flips Aber ich fand beides geil irgendwie Ich fand beides hat gut geschmeckt Ja Ist halt Man kann es auf Amazon bestellen Pack mal einen Link nach unten Mh Aber voll gut, dass wir es testen konnten Mein Handy Ups Wie oft Papa sich das Video anguckt Weil er mit drin ist Da schont er nicht viel mehr an Ich habe es einen In der A A A A A